Hallo und willkommen beim Trade der Woche. In diesem Format geht es darum, klare, eindeutige Analysen zu machen, wie sich die Märkte in den nächsten Tagen verhalten können. Das soll natürlich keine Aufforderung zum Handeln sein, sondern einfach nur ein Ideen-Input. Und den Markt, den wir uns heute anschauen, ist einer meiner Lieblings-Trading-Märkte und zwar ist es der deutsche Aktienmarkt, der DAX. Das gibt es ja mittlerweile schon seit 1988, der hat also schon viele Trading-Chancen, aber aktuell, glaube ich, ist eine ganz besonders spannende Phase aus dem Sentiment, aus der Solidarität und natürlich auch aus den Fundamentaldaten raus. Und deswegen würde ich gerne meine Marken zeigen, wie man in der kommenden Woche, kurz vor dem Monatswechsel und um den Monatswechsel, eben hier gute Chancen ableiten kann. Was du hier im Hintergrund siehst, ist der DAX im Year-to-Date-Verlauf. Das ist der Chart, den ich besonders als wichtig empfinde. Year-to-Date ist eben gerade für institutionelle Anleger eine sehr, sehr wichtige Marke und da können wir schön sehen, dass der Markt hier auch mit dieser wunderbaren Umkehrkerze am 21. Juli kurz davor war, positiv zu handeln, also kurz in eine Year-to-Date-Performance zu gehen, die positiv war, was natürlich für institutionelle Anleger sehr gut ist. Denn hier kann man dann ausweisen, dass das ja insgesamt einen Plus gebracht hat. Der Markt aber hier dann deutlich gefallen ist und innerhalb von drei Tagen knapp vier Prozent wieder verloren hat. Das ist die Frage, wie geht es da weiter? Hier war ja die Strategie Sommerloch-Short. Wir haben hier in der DAX-Kasse auch ein sogenanntes Island-Reversal. Wir haben also hier einen Gap-Up gehabt. Das war der Montag auf Dienstag. Hier hatten wir auch den Short-Superstar. Hatten dann drei Tage seitwärts und haben insbesondere mit dem Gap-Down und dann am Freitag tiefer im Markt gehandelt. Wie gesagt, das passt hier sehr gut zu dieser Year-to-Date-Performance, die eher darauf hindeutet, dass der Markt auch weiter ins Negative laufen kann. Und deswegen ist meine Erwartung auch für die kommende Woche, trotz des Monats-Ultimus, der eben nicht so stark ist aufgrund des saisonalen Effektes, dass wir hier im Markt fallen können. Und das werde ich gleich auch noch mit zwei weiteren Charts begründen. Vorher erlaube mir kurz, die Trendlinien noch zu zeichnen. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass man Trendlinien auch sehr schön von rechts nach links zeichnen kann. Das mache ich immer in dem Fall. Und da sieht man dann eben auch sehr schön, dass dieser Aufwärtstrend, den wir seit hier im März, Mitte März hatten, dass der eben hier kurzfristig zumindest gebrochen wurde mit dieser Dynamik am Freitag. Wir haben auch weitere horizontale Linien im Chart rausgenommen. Also rein von der technischen Warte her sind wir hier unter diese Tiefstände gelaufen, beziehungsweise unter diese Hohlstände gelaufen, die wir hier temporär im Juni ausgeprägt hatten. Haben also von der technischen Seite zumindest einiges an Bestätigungen jetzt aus der schwachen Börsenwoche, insbesondere aus dem schwachen Donnerstag und Freitag rausgenommen. Hier war es ja auch so, dass die Highflyer insbesondere aus der Nasdaq große Under-Performances abgeliefert haben zum Gesamtmarkt. Die Nasdaq hat ja dieses Doppeltop gemacht, wo man eben auch darauf hindeuten kann, dass der Markt zumindest temporär erstmal hier ausatmet. Also so sieht es im Year-to-Date-Bereich aus. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz für den Short im Monatsbereich an. Und hier würde ich eben erwarten, dass es eine gute Marke wäre, wenn wir nochmal an diese Trendlinie zurücklaufen, wenn wir vielleicht auch das Gap sogar schließen im Laufe der Woche. Also ich würde jetzt nicht blind am Montagmorgen gleich Short gehen, sondern ich würde insbesondere auf das kurzfristige Sentiment achten und dann hier einen Rücksetzer im Bereich von 13.000 bis 13.100 nutzen, um dann hier diese Short-Position aufzubauen. Eventuell wird dieses Gap-Close hier geschlossen. Das würde ich nutzen, insbesondere am Dienstag oder Mittwoch, wenn eben diese zeitliche Perspektive hier auch gegeben ist, um den Markt auch auf der Short-Seite zu spielen. Wo wäre ein sinnvolles Stop-Loss sicherlich? Das wäre dann hier über den Marken von 13.250, wo der Markt dann eben wieder Year-to-Date ins Plus läuft oder dann um die Marke von 13.300, wo der Markt dann eben auch hier dieses Top zumindest kurzfristig gebildet hatte am Dienstag und danach dann auch tiefer gehandelt hat. Das sind also die Erwartungen. DAX für die nächste Woche eher Short. Fundamental, glaube ich, brauche ich nicht zu viel sagen. Da sind die Argumente weitestgehend bekannt. Wir haben die Covid-19-Thematik. Wir haben das Pandemie-Problem. Wir haben die Probleme mit Amerika und der Wahl, die anstehen. Wir haben die Makrodaten, die selbst wenn sie besser kommen, eben den Markt auch dahin bringen, dass man eventuell weniger Stimulus hier macht. Wir haben die Probleme mit China. Donald Trump hat ja auch gesagt, der Trade-Deal ist ihm nicht mehr so viel wert. Wir haben die Botschaft in Houston, die hier von den Chinesen geschlossen wurden. Also für die Chinesen geschlossen worden ist. Und wir haben das Pendong in China, was eben für die Amerikaner zugemacht wurde. Und wir haben natürlich die Wachstumsproblematik. Und gerade mit der zweiten Welle sieht das alles im Sommerloch, wo es wenige M&A-Transaktionen gibt, wo es eben saisonal einige Abflüsse gibt, nicht so wirklich optimal aus. Schauen wir uns dazu nochmal die Saisonalität an. Ich habe hier bewusst mal 15 Jahre genommen und gezeigt. Und da sehen wir zwei Phasen, wo der Markt schwach ist in den letzten 15 Jahren. Das ist einmal vom 23. Juli bis zum 21. August, die Phase, wo wir jetzt eben genau reinsteuern. Da ist es so, dass wir in 33% der Fällen nur steigen. Bedeutet, in 64% der Fällen gehen wir eben, pardon, in 66% oder 67% der Fällen gehen wir runter. Und das ist eben hier mit 32,06%. Eine der schwächsten saisonalen Phasen. Ganz ähnliches Bild haben wir eben hier auch von Februar zu März. natürlich auch sehr stark durch diesen großen Abverkauf geprägt, den wir jetzt hier dieses Jahr gesehen hatten. Deswegen, es könnte sein, dass wir hier durchaus auch in den nächsten Tagen eine saisonale Schwäche bekommen. Hier hatten wir eben verschiedene größere Drawdowns. 2007, 2008, natürlich auch sehr schlechte Börsenjahre, aber auch 2010 und 11, 14, 15. Und die letzten drei Jahre, 17, 18, 19, waren hier auch im Bereich, wo die Aktien verloren haben. Und das, wie gesagt, eine ganze Menge. Ist also von der saisonalen Idee nach der Berichtssaison und auch schon in der Mitte und am Ende der Berichtssaison eher so, dass der Markt im Sommer ausatmet. Das liegt an dem saisonalen Sommerloch short, dass man eben hier in den institutionellen Fonds nicht so viel ins Risiko reingeht, ein Stück weit eben seine Position auch mal zumacht und eben auch nicht ins Risiko geht, wenn die Kurse deutlich fallen, sondern vielleicht eher sogar mal einen Stop-Loss zieht, weil es das Nachrichtenloch gibt, weil die Unternehmen nicht zu berichten haben, weil es keine M&E-Transaktion gibt und, und, und. Ja, und das korrespondiert noch mit einem Sentiment, hier dargestellt durch das Euwax-Sentiment von der Börse in Stuttgart, wo man sagen kann, dass wir auf Monatssicht wieder einen Höchststand erreicht haben, also in den letzten Tagen, in den letzten drei, vier Tagen, wo der DAX eben von 13.300 gefallen ist, wo der ein oder andere Privateinleger vielleicht auch in den Sommerferien ist, ein bisschen mehr Zeit hat, sich mit der Börse auseinanderzusetzen, ist das private Geld in Optionsscheinen und Zertifikaten eher in den Markt reingegangen und auch das bringt mich eher dazu, hier bearish zu sein. Über den Wochenendhandel haben wir am DAX auch noch mal 30 Punkte verloren, haben hier also auch über das Wochenende noch mal ein kleines Minus gemacht und ich würde eben gerne Rücksetzer verkaufen im Bereich 13.000 bis 13.100 wäre optimal, wenn das Momentum schon vorher nach unten geht, würde ich auch tendenziell mit dem Momentum nach unten gehen, wenn der Markt die Marke von 13.300 in der Woche übersteigt, müsste ich einen Stop-Loss ziehen und würde meine Position hier auch entsprechend zumachen. Letzte Woche war ja der Trade der Woche Euro-Dollar Long, hatte sehr, sehr gut funktioniert von der Analyse her und vielleicht klappt es ja auch diesmal wieder mit der Analyse DAX Short.